Hey Jungs, Jungs, hört mal ganz kurz zu, ganz kurz, Jungs, Jungs, guck mal, ich befürchte, was befürchtest du, was befürchtest du, was befürchtest du, lass mich doch einfach ausreden, ja, danke, ich befürchte, dass wir den Money verloren haben, seit er eine Freundin hat, lässt er sich gar nicht mehr blicken, ich mein, es sind doch Brüder, warum macht er sowas, warum, ich hätte niemals gedacht, dass was passieren wird, ja, eine Frau kann doch nicht einfach so unseren Bruder wegnehmen, ey, geht doch nicht, ey. Warum, warum, du Money, lässt du uns nicht dich, lässt uns fallen wie eine heiße Kartoffel, du weißt, wir lieben dich, wie ein Reh, wie kleines Kitz, die Bäume sind grün, Tulpen sind rot, Liebellen sind bunt, ich liebe den Regenbogen, ich bin so froh, ich bin gefallen, doch ich stehe wieder auf, ich nimm meine Brille, setze sie auf und sehe dich. Ich sehe das Universum, ich sehe die Sterne, es funkelt, das unendliche Licht, die Katzen, ich liebe Katzen, die Katzen sind voll cool, ich weiß auch nicht, ich liebe die voll, du bist so voll geil, ich mein, ich mein, ich würd sie auch alle gerne streicheln, Aber Money, warum lässt du uns im Stich, du weißt, wir lieben dich. Bravo, ey, bravo, was für ein schönes Gedicht. Ey, Jungs, was sollen wir dagegen tun, Mann? Schlag mal was vor. Ja, vielleicht wollte wir ein bisschen Gras. Ey, das ist eine coole Idee, das ist eine coole Idee. Aber ich denke, es ist noch viel zu, es ist viel zu hart, es ist viel zu hart, es ist viel zu hart. Dann gibt es noch einen anderen Weg, bestimmt, bestimmt. Ja, vielleicht, vielleicht hilft ein Gedicht. Ja, Mann, ja, Mann, das ist es, das ist es. Aber ganz ehrlich, Mann, ich find das irgendwie zu saaaaaaft. Ich find das zu saaft. Ja, okay. Ja, Mann, du hast recht, du hast recht. Es ist, wir brauchen so ein Mittelding, Alter, so ein Mittelding, nicht zu hart, auch nicht zu soft, irgendwas mittendrin, irgendwie so, keine Ahnung. Was hält ihr davon, wenn wir sie einfach, wenn wir sie einfach vergasen? Ja, Mann, das ist eine coole Idee, das ist eine sehr gute Idee, das ist eine gute Idee. Ja, hast recht, hast recht. Ja, okay, okay, nice, nice, da haben wir es ja. Okay, dann lass mal unseren Bruder zurückholen, ey. Lass ihn zurückholen. Okay. Los geht's. Yo, yo, Leute, was geht? Danke fürs Zuckukenrad und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, drückt mal bitte auf Like, gebt mal Thumbs up für Ben Mood und abonniert meinen Kanal. Es kommen noch viel mehr Sachen, mehr Videos und ja, seid gespannt. Genau, folgt mir auf Instagram, auf Twitter, auf Snapchat, Ben Mood. Peace out.